Was sind deine Schuld? Ja eh, aber ich schau immer, weil ich hab keine Fahrscheine, was soll ich machen. Ich sag eh immer, was ist Fahrscheine? Wenn sie zu stehen ist, kann ich einfach zum Beispiel 8 Stunden. Wenn ich da herfahren, eine Stunde, was braucht es gar nichts? Ich muss mit U6 fahren. Nein, da zahle ich die Strafe, weil die Strafe ist billiger. Ach so, jetzt, also bei 4.1 im Uberkopf. Fünf Bundig haben wir da rausgehen. Geh. Was, was da immer die Filmedresse an der Baustelle holen. Du kannst ja, das sind ja sicher zwei schon drauf. Ja, die Stelle. Hans Eckert. Hans Eckert. Ja, Hans Eckert. Ja, Hans Eckert. Er hat noch nicht so lange gefühlt. Er hat noch nicht so lange gefühlt. Musik. Das ist ja nur der Nachteil, was du da machen. Alle Beste aufgenommen. Das ist der Stau eines der Nazi. Da haben wir wirklich aufgenommen. Ja, Lebenskommarer. Anita. Ah ja, man muss dir auch eine Woche nicht festnehmen. Willst du das Lied immer, Anita? Ja, das ist schon ein Leiche. Wahnsinn, die Bruder. Trafikante. Ne? Wir haben ein Bulliger Park, scheint zu fahren. Ist Bulliger zu reden? Daimi, schaut schon aus wie ein Zwerg. Da wird immer ein kleiner. Wer? Daimi. Er ist schon alt, jetzt schrumpft er schon. Ich schrumpft er. So eine neue Schuhe haben die. Wir haben ein kleines bisschen eine Schuhe. Nein, der hat auch eine Schuhe. Was die Schuhe gleich hast du? 43 Jahre. Seht, kannst du auspassen, Fern. Wir sind 42 Jahre. Du weißt ja, dass ich immer in Jorn noch höreste. Ja, ich weiß. Jawohl. Wow, ein halbes Jahr sogar. Hallo, ich bin oben alle. Was ist das? Er ist in Kontakt mit der Runde. Schau daheim, bevor wir noch alles können haben. Okay. Armin, you are getting short. Bounce.